Heute mal ein kurzes Video, es gibt News bezüglich Bison, drei Stück sind es insgesamt, zwei davon sind gut für uns und bei einer Neuigkeit muss man einfach etwas beachten. Legen wir auch direkt los, wir beginnen mit der wichtigsten Info. Bison hat in den letzten Wochen die Einzahlungsadressen für Kryptowährungen geändert. Die alten Adressen werden ab dem 30.06. nicht mehr unterstützt. Falls du eine deiner ehemaligen Adressen irgendwo gespeichert hast, solltest du diese löschen und gegen die neuen austauschen. Falls du nämlich in Zukunft Coins an eine alte Adresse sendest, wird dies zu einem irreversiblen Verlust führen. Also Vorsicht, ich zeige dir jetzt ganz kurz, wo du die neuen Adressen findest und wo du immer überprüfen solltest, ob es auch die korrekte Adresse ist. Dafür klicken wir hier unten auf Konto und dann auf Kryptos übertragen und hier auf Einzahlung Kryptowährung. Hier klicken wir auf Weiter und ausgewählt ist hier Bitcoin und da sehen wir jetzt meine persönliche Wallet-Adresse. Hier könnten wir auch auf zum QR-Code klicken. Das Ganze ist natürlich angenehmer, dann muss man nicht alles abtippen, falls man auf einem anderen Device ist. Ansonsten kann man die Adresse natürlich auch kopieren und dann, naja, sich airdroppen beispielsweise. Und man könnte natürlich auch eine neue Adresse generieren. Ansonsten kann man hier natürlich auf diesem Reiter auswählen, welche Kryptowährung man sonst einzahlen möchte, falls man beispielsweise Ethereum einzahlen möchte. So, und dann sehen wir hier die neue Adresse. Also bitte überprüfen, ob die alten irgendwo gespeichert sind und nichts an die alten Adressen schicken. Und immer, wenn man Kryptowährungen an irgendeine Adresse schickt, die man mal gespeichert hat, die man in der Vergangenheit hatte, bitte immer bei Brokern überprüfen. Weil ich habe auch gehört, bei Bitpanda gibt es da auch Änderungen. Also immer aufpassen, nie an irgendeine Random-Adresse irgendwas schicken. Falls du frühere Bison-Videos von mir gesehen hast, wirst du merken, dass ich mittlerweile deutlich weniger Bitcoin bei Bison habe. Insgesamt nur noch, wir sehen es hier unten, 0,005. Ich habe mittlerweile von allen Börsen und Brokern meine ganzen Bestände, bis auch so kleinere Summen für Videos auf meine Hardware-Wallet übertragen. Damit ist man immer auf der sicheren Seite, egal was mit welcher Exchange passieren sollte. Nur ein kleiner Tipp, ich bin nach wie vor ein großer Fan von Bison und habe jetzt hier keine Angst, dass hier irgendwas schief läuft. Aber ich fühle mich, egal welchen Anbieter ich nutze, einfach hundertmal sicherer, wenn ich meine Bestände auf einer Hardware-Wallet habe. Vor allem, wenn es in vier- oder fünfstellige Bereiche geht. Punkt Nummer zwei, eben haben wir über Auszahlungen gesprochen. Jetzt geht es um Einzahlungen. Diese finden wir unter Konto und dann unter Euro einzahlen. Und hier gibt es etwas Gutes zu berichten. Seit einigen Tagen bietet Bison Instant-Sepa-Überweisung an und das rund um die Uhr, sieben Tage lang. Das Beste daran, es ist vollkommen kostenlos. Also kann man sich Geld überweisen und zack ist es da und dann kann man direkt Kryptowährungen kaufen. Vor allem so kurz vor einem Kursanstieg oder wenn man gerade handeln möchte, während die Märkte sehr turbulent sind, kann man das mit der Instant-Überweisung sehr gut machen. Eine Warnung an der Stelle, Kryptowährungen sind sehr volatil und wenn es schnell nach oben geht, heißt es nicht, dass es weiter nach oben schießt. Es kann sich natürlich auch wieder schnell nach unten bewegen. Also Vorsicht, wenn man übereilt handelt. Trotzdem ist eine Instant-Sepa-Überweisung, die vollkommen kostenlos ist, natürlich ein tolles Feature. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Den Banner hier unten hast du bestimmt eben schon bemerkt. Bison hat vor wenigen Tagen ein Gewinnspiel gestartet. Unter anderem werden drei E-Roller und 100 mal 30 Euro in Bitcoin verlost. Daran teilzunehmen ist relativ simpel. Dafür musst du lediglich die Teilnahmebedingungen akzeptieren. Das machen wir gleich gemeinsam. Und bis zum 12.07. mindestens drei Aktien oder ETF-Transaktionen durchführen. Ganz wichtig, Aktien oder ETF, keine Kryptotransaktionen. Die Summe spielt dabei keine Rolle. Also es ist egal, ob du für 50 Euro drei Aktien kaufst oder für 5000 Euro beispielsweise. Ein Trade kostet übrigens, egal wie hoch die Summe ausfällt, 1,99. Also müsstest du insgesamt 5,97 Euro an Gebühren ausgeben, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und falls du noch kein Visa im Konto hast, kannst du dich mit meinem Code registrieren. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und dadurch 10 Euro in Bitcoin gratis bekommen, wenn du für mindestens 100 Euro innerhalb von 30 Tagen eine beliebige Kryptowährung kaufst. Also nochmal zur Info. Gewinnspiel bezieht sich auf Aktien und ETFs. Und Einladungscode, also 10 Euro gratis in Bitcoin, funktioniert nur, wenn du in eine beliebige Kryptowährung investierst. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, klicken wir einfach auf jetzt mitmachen. Und wenn dich der Banner stört und du nicht mitmachen möchtest, weil du weißt, dass du keine Aktien oder ETFs bei Bison handelst, dann klick einfach auf, ich habe kein Interesse. So, wir möchten jetzt teilnehmen und zack, sind wir dabei. Und der Banner bleibt noch immer da. Das ist ein bisschen nervig, dann müsste ich wahrscheinlich wirklich jetzt vorher dreimal handeln, bis der Banner dann verschwindet. Aber naja, wie ich aktuell zu dem Aktien-ETF-Angebot bei Bison stehe, das habe ich in diesem Video hier, das du gerade hier siehst, schon erklärt. Also schau dir das gerne an, da gebe ich meine Meinung zu dem ganzen System, wie es aktuell aussieht und was Bison überhaupt aktuell kann und welche Kosten auf einen zukommen. Also schau dir das gerne an, den Link findest du auch in der Beschreibung. Und ansonsten kann ich noch einen neuen Punkt zeigen. Es gibt nämlich jetzt den neuen Punkt hier Steuerinformationen. Und da Bison ja jetzt mittlerweile Aktien und ETFs anbietet, gibt es auch einen Freistellungsauftrag, den man hier hinterlegen kann. Das heißt, wenn du Bison jetzt primär als Broker nutzt, um Aktien oder ETFs zu handeln, dann würde ich hier den Freistellungsauftrag hinterlegen. Ansonsten verschenkst du den Betrag, also bitte hinterlegen. Ich habe das natürlich schon bei anderen Brokern und ich nutze Bison nicht für Aktien und ETFs. Aber hier gibt es die Möglichkeit, diesen zu hinterlegen und das ist sehr wichtig. So, das war es mit diesen drei Infos. Also coole News und etwas, das man unbedingt beachten sollte, falls man an gespeicherte alte Adressen Kryptowährungen schicken sollte. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir sehen uns in einem zukünftigen Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.